Es ist nicht leicht, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Es handelte sich wahrscheinlich um einen Mann, der restiert. Es ist gekleidet wie eine Krankenschwester. Es war eine Art Besessenheit. Wir müssen sie kriegen. A pesar de las pistas que la autoridad dice tener, los asesinatos de las personas de la tercera edad no sesen. Mi abuelita. Meine Oma war einfach die Beste. Lo más grande para mí. Als Täter kam ein als Frau verkleideter Mann in Frage. Mich beschuldigten sie gerade heraus, die Mörderin zu sein. Wir bemerkten, dass er immer gegenüber von Parks tötete. Das Fernsehen war voll von Nachrichten über den Fall Matavijitas. Matavijitas. Alle reden nur darüber, wie sie umgebracht wurden. Aber wer waren diese Menschen? Und was ist mit den Opfern? Es wurden wieder ältere Damen umgebracht. Es gab Trittbrettfahrer. Und wir fragten uns, wie viele sind es? Wer hat diese Frauen getötet? Die Bellinnen sind die